Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Dienstag, der 15. August 2023 und auch heute wollen wir uns einen Blick gönnen auf zum Beispiel den Nasdaq, aber vielleicht auch einen spannenden Einzeltidien, nämlich Roku. Und gestern hatten wir an dieser Stelle ja kurz einen möglichen Bounce thematisiert gehabt und der hat tatsächlich stattgefunden. Ich bin überrascht, ich muss ganz ehrlich sagen, wie stark wir gestartet sind. Und eventuell auch getragen durch die Erholungsbewegung in den Semis, also Semiconductor, der ETF, der Halbleiter-ETF, der ja beispielsweise Nvidia umfasst oder beinhaltet oder auch AMD. Eine sehr, sehr starke Gegenbewegung. Wir sehen ganz besonders Nvidia extrem stark gelaufen. Nach dem jüngsten, ausverkauft ist es nicht, aber zumindest mal nach dem etwas tieferen Rücksetzer. Und auch ja, die technische Reaktion im Nasdaq, wie gesagt, die hat gegen diesen EMA 50 stattgefunden. Also das heißt, gegen die 50-Tage-Linie haben wir einen Bounce zu sehen bekommen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wird das weiter fortgeschrieben? Die Vorgaben scheinen meiner Einschätzung nach relativ gut, denn heute Nacht hat überraschenderweise die People's Bank of China den Leitzins um, ich habe 25 Basispunkte gesenkt, ich bin mir gar nicht so sicher, auf jeden Fall überraschenderweise gesenkt. Und Fakt ist, dass von 15 befragten Analysten davon zuvor nur einer davon ausgegangen ist. 14 davon ausgegangen sind, dass der Leitzins konstant gehalten wird. Begründung war die holpernde Wirtschaft in China beispielsweise, aber sei es drum, in Bezug auf kurzfristige Trades ganz besonders, scheint solch eine Leitzinssenkung auf jeden Fall eher den Bullen in die Karten zu spielen. Und ja, wie gesagt, im Einzeltitelbereich könnte besonders bei Roku eventuell interessant werden. Bevor wir da in die Details schauen und uns die Charts anschauen, zunächst natürlich der Blick auf den Risikohinweis. Die Visa und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verdienen. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anhänger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste dann risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein Eignitz. Wenn man das mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit natürlich ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich aller Informationen, vollständiger Risikohinweis ganz besonders auf xdb.com.de. Wenn ihr darüber hinausgehend Fragen haben solltet, gerne den Kundensupport von xdb deutschsprachig hier in Deutschland in Büros ansichtig kontaktieren und eure Fragen rund um die Plattform und dergleichen stellen. In eigener Sache der Hinweis, das was ich jetzt hier präsentiere, das sind meine Gedanken, das ist rein informativ, rein edukativ, aber es ist keine Anlageempfehlung und bitte auch nicht als solche misszuverstehen. Wenn ihr eure Handelsentscheidungen trefft, dann trefft die bitte in Eigenverantwortung. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen unterhalb des Videos, innerhalb der Kommentarfunktion. Ich würde die dann auch sehr, sehr gerne beantworten, aber wie gesagt, bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen, sondern alles als rein informativ und edukativ. Hier einmal die Kontaktdetails, wie gesagt, bei Rückfragen an xdb. Dann einmal, vielleicht zu xdb ganz kurz, bester CFD-Broker des Jahres 2023 von Brokerfile ausgezeichnet. Die Gründe, die wir dazu geführt haben, findet ihr hier einmal in der Mitte aufgelistet. Darüber hinausgehend, ein Grund, der da sicherlich zu beigetragen hat, die xStation und genau auf diese wollen wir jetzt hier an dieser Stelle einen Blick werfen und gleich beginnen mit einem Chart auf den Nasdaq und der Reaktion, die wir hier zu sehen bekommen haben, gegen den EMA50. Den hatten wir gestern kurz zum Thema gemacht gehabt. Wir hatten das Bild als weltansmäßig überdehnt erachtet, vielleicht, möchte man sagen. Und es gab dann eine relativ starke Reaktion, also nicht nur hier in diesem Bereich, sondern auch auf den untergeordneten Zeitebenen ganz besonders. Hier habe ich dann den EMA65 an dieser Stelle. Wir haben einen Opening Drive über diesen 65er, also die 5-Tage-Linie im übertragenen Sinne zu sehen bekommen. Und eine enge Konsolidierung mit weiteren Aufschlägen in den Abend hinein. Sehen wir jetzt so einen kleinen Pull-in vielleicht durch die europäischen Vorgaben. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Aber in Summe, wie gesagt, die Senkung hier des Zinses in China über Nacht, zufällig möchte ich sagen, hat dazu sicherlich beigetragen, dass wir insgesamt eher bullische Vorgaben eigentlich sehen. Die Unterstützung der Wirtschaft wird hier als Grund angeführt, was auch immer der Grund sei. Es ist erstmal ein geldpolitisch lockerer Kurs. Und jetzt werden wir halt in den Folgestunden sehen, ob sich das als weiter bullisch dann herauskristallisiert. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt dieser kurze Rücksetzer jetzt, wie gesagt, aktuell noch wichtig, nicht als zu signifikant herauszustellen. Wir haben jetzt morgens, es ist kurz nach 9, also das heißt, das ist Vorbörse, das ist nicht wirklich aussagekräftig. Aber sollten wir in der Lage sein, mit der Kasseeröffnung ab 15.30 Uhr hier diese Aufschläge zu halten und dann auch oberhalb des EMA 65, also dieser 5-Tage-Linie zu halten, könnte ich mir vorstellen, dass wir oberhalb von 15.200 im Nasdaq noch weiteres Aufschlagspotenzial sehen, welches uns kurzfristig jedenfalls bis in Gefilde führen könnte. Ich sag mal 15.450, 15.500. Wie gesagt, das ist erstmal nur eine technische Reaktion, ein Bounce-Szenario, was wir gestern schon thematisiert haben. Ob wir jetzt ein höheres hochmarkieren, ob ein tieferes hochmarkieren und dergleichen, das wird dann der Markt in den folgenden Tagen eben tatsächlich zeigen. Aktuell, wie gesagt, ist ein erstes positives Signal mit der Reaktion auf jeden Fall seitens des übergeordneten Marktes gesendet worden. Bild ist nahezu identisch im S&P, auch hier haben wir eine entsprechende Reaktion zu sehen bekommen. Hier liegt der Fokus wahrscheinlich so auf der 4.500er Region, auch da können wir mal kurz einen Blick auf die 30 Minuten werfen. Wir können das auch hier erkennen. Also, das heißt, ich würde sagen, wenn wir über 4.500 halten können, wäre das ein erstes aufhellendes Signal. Wir haben Tagesschlusskurs jetzt oberhalb dieses EMA5 zu sehen bekommen. Das ist ein erstes positives Signal, anders als in den letzten Tagen. Es gab diverse Versuche, den zurückzuerobern. Spikes drüber, aber dann Tagesschlusskurse unterhalb, ganz besonders hier am Donnerstag mit diesem kleinen Reversal. Auf die Inflationszahlen folgend, das wäre vielleicht auch so eine erste anzuvisierende Zielregion auf der Oberseite. Da würde ich sagen, Region um 4.550, 540, 550 ist eventuell eine Zielregion, sollte es jetzt hier dem Bullen gelingen, die 4.500er Region zu halten. Aber nochmal, Marketplace sind eigentlich nicht unser Fokus im derzeitigen Umfeld, sondern eben ganz besonders Einzeltitel und Cherries in Anführungsstrichen. Also, das heißt, wir versuchen uns die Kirschen hier rauszupicken und ich denke, Roku ist da ein sehr, sehr interessanter Kandidat. Noch einmal ganz kurz zur Erinnerung, wir hatten Roku Earnings, das war hier Ende Juli, das war der Monat davor, Ende Juli, am 28. oder beziehungsweise am 27. nachbörslich, am 28. haben wir einen sehr, sehr dynamischen Lauf zu sehen bekommen. Die Aktie war mit Abstand der stärkste Titel im Markt zum damaligen Zeitpunkt, haben einen sehr dynamischen Breakout zu sehen bekommen und dann hier ein Top-Out oberhalb von 90, knapp unter 100. Also, rund um 98 rollten dann über und haben jetzt in den letzten Tagen eigentlich, also eigentlich in den letzten zwei Handelswochen von diesem Top-Out am 1. August, haben wir dann eine Korrekturbewegung über zwei Handelswochen, fünf Handelstage zu sehen bekommen und gestern potenziell hier vielleicht erste Käufer auf den Plan treten sehen, offensichtlicher. Also, wir haben den EMA 50 nicht punktgenau angelaufen, aber bis dato jedenfalls halten können, das ist schon mal ein erstes positives Signal und ich hatte die Aktie gestern auch schon bereits auf dem Schirm, auf dem Schirm allerdings noch nicht long getradet, denn ich wollte jetzt erstmal gucken, ist das wirklich stärker, ist das nachhaltig? Auch hier haben wir wieder in schwarz diesen EMA 65, Fünf-Tage-Linie, wo ich dann sage, okay, Rückeroberung möchte ich an der Stelle sehen, ein Halten, möglicherweise auch, das ist noch ein bisschen optimaler, vielleicht so eine positive Slope, also so ein Aufdrehen einfach, dass da sich durchschnittlich ein höher bezahlter Preis eben herauskristallisiert, einfach nur als Orientierung zunächst und so, jetzt stelle ich mir ja für heute die Frage, ist das ein potenzieller Long-Kandidat? Ich würde sagen, ja, aber ich möchte ungern auf den aktuellen Niveaus kaufen, sondern ich möchte eher, möchte ich aktuell im Bereich um 81 eventuell kaufen und das hat damit zu tun, dass wir zum einen gestern in diesen Gefilden, auch wenn das hier auf der Fünf-Minuten-Basis nicht ganz so optimal sich herauskristallisiert, aber man kann es hier ungefähr erkennen, das war eine Support-Region in diesen Gefilden, die sich hier herausgebildet hat, nach einer bullischen Eröffnung, also hier sind die Käufer reingekommen, sehr, sehr starker Opening Drive, hier eine enge Konsolidierung und dann in den Abend hinein sind wir aus dieser ausgebrochen und die verläuft ungefähr in Gefilden um 81 bis 80,50, so ungefähr dieser Bereich. Das Interessante ist, wenn man sich das Ganze jetzt mit Volumen untergelegt anschaut, würde man feststellen, dass gestern der durchschnittlich bezahlte Preis vom Markt auch in ungefähr diesen Gefilden verläuft. Also das ist der sogenannte Two-Day-Webop, wäre es dann an dieser Stelle, der da reinkommt. Und vielleicht sehen wir einen Flasch in diese Gefilde, setzen wir dort auf, würde ich noch nicht sofort kaufen, würde erst sehen wollen, dass wir dann den volumengewichtigen Durchschnittspreis für heute zurückerobern. Das wäre für mich dann allerdings ein Signal, dass die Long-Seite hier ein Thema sein könnte. Und dann wäre natürlich die Frage, wie weit tragen uns da die Füße? Auf der 30-Minuten-Ebene, auch das kann man jetzt in diesem Chart hier nicht sehen, aber in dem Fall glaube man es mir einfach, wenn wir auf diese Hochs, die wir hier ausgebildet haben, einen volumengewichtigen Durchschnittspreis ankern, dann sehen wir, dass der durchschnittlich bezahlte Preis von dort ungefähr um 87 Dollar liegt. Das wäre ein Bereich, in dem kann ich mir vorstellen, dass es hier zu einer Gegenbewegung kommt, also wir sind auch verhältnismäßig stark überdehnt innerhalb dieser Korrektur, möchte man sagen. Wir sind von 98 Dollar fast 20 Dollar zurückgesetzt in der Spitze. Das sind 20% Korrektur innerhalb von noch nicht mal zwei Handelswochen auf eigentlich starke Earnings. Wir haben das Gap weiterhin gehalten. Also wäre dann an dieser Stelle eine technische Reaktion auch denkbar gewesen. Wie gesagt, ein erster Widerstand, der erwarte ich auf diese hochgeankerten volumengewichtigen Durchschnittspreis, Bereich 87, 86, 87 ungefähr. Da würde ich einen Teilgewinn mit einem auf den Weg bringen. Und dann wäre so ein bisschen die Frage, sind wir in der Lage, den zurückzuerobern? Falls ja, dann wäre das vielleicht der Wegbereiter im Rahmen einer übergeordneten, auch Auffällung des Bildes technischer Natur, im Nerstack besonders, auch im S&P, dass wir nochmal in Richtung der 100er-Gefilde laufen, vielleicht sogar drüber laufen. Aber ob das dann gelingt oder nicht, das werden wir dann hier im Guten Morgenbörse nochmal zum Thema machen, soweit es denn überhaupt zu solch einem Szenario kommt. Also heute erstmal auf die 81 achten und schauen, ob wir gegen diesen Bereich halten. Falls ja, könnte das ein Signal sein, dass wir hier, wie gesagt, vor weiteren Aufschlägen in den kommenden Tagen stehen, die uns bis 86, 87 vielleicht roundabout führen könnten. Soweit meinerseits. Happy Trading. Pass auf die Sops auf. Wir hören uns hier morgen an dieser Stelle wieder. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Bis dann. Tschüss.